Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 Jo Und erstmal einladen weil ja bis jetzt zu vl waren das schon zu machen Ja Den muss ich einladen Und jetzt hoffen wir mal, dass der Spielstatt auch da ist nach einer Woche Ja, es wird schon klappen Also wenn nicht, das gibt's jetzt in Rage, ne? Ach Die Steam-Server sind noch so proptenagisch scheiße Kleiner Scherz sind sie natürlich nicht Na, die sind eigentlich okay, muss man sagen Wenn ich die mit den Origin-Server vergleich Guter Server Weil wenn du da SimCity spielst und der hat Probleme zum Surfer, da wird's schon kritisch Ihr könnt eine scheiß Verbindung haben und ordentlich zu Guck mal Sofort So, Handy blinkt noch nicht, also muss ich noch nicht rumheben Sefresh, Bro Scheiße Ihr Forschungspartner Ja Ich forsche ja nicht, ich agiere Wir agieren im KZ den Kinderzimmer Was hast du jetzt wohl gedacht? Nein So, ihr und eure Gedanken immer, was ihr bei KZ immer an Konzentrationslager denkt Das hast du jetzt gesagt Aber KZ heißt Kinderzimmer Ja Merkt euch das Genau So gehört sich das Vollfotze Einzig wahre, ne? Das ist die einzig wahre Die Bilder gefallen mir Oh, wo ist sau Man hätte ja auch Videos machen können Oder so, so ein Ladebildschirm-Game Das wär mal was gängiges Meins wie so in den Games von Sega, wo ich dann mal am Ende immer, das bei vielen Spielen immer so umher Diana Korn sind ja dass ihr da glaubt zu tun aber es gefällt mir nicht gehört gleich zu Beginn ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Test keine Mutti in den schlechten menschlichen Eigenschaften an und glaubt mehr Menschen haben nur eine gute Eigenschaft seit wann sind Sprünge eigentlich zwei Schritte weiß ich nicht pass auf wenn die Schritte kommen wo müssen wir hin wo müssen wir hin ach da oben hin hier komm ich nach rüber da unten ist die vier das war's ich wollte mal mit der Platte dort probieren mit der da da ist einfach voll weißt wie ich sowas mach ich mach sowas so so könnte man es auch machen ist eigentlich gängig dann fahre ich nämlich so da drauf und bin da Aua Flutlichtoberflächen mach's gut mach's gut ja tschüss fick dich so machen wir wieder drei immer die Hälfte und dann das nächste die Hälfte von der drei wie viel wie viel sind denn das hier sieht man meinen Mauszeiger weil ich Profi bin den sieht man auch immer interessiert aber keinen aber nur jetzt oh nicht stech hier ins Auge mit meinem Zeiger aber dieser Portal hier da wo ich mir wo dieser Cursor da weißt du von da wo ich hin ziehe das erinnert mich irgendwie an das Texturenpack von Honeyball oh diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben wie so oft schaffen sie etwas wundervolles und lassen es dann fallen wisst ihr warum sie diese Strecke aufgaben? so tödlich das kriegste zurück au du bist dein Ernst ich hab dein Kopf oh das reicht gut jetzt machen wir weiter ähm sieht ja schon ein bisschen verlassen aus boah das gefällt mir das gängig cheater an die Wand das war so schwer ja man vor allen Dingen ich muss so laufen muss ich jetzt hier unten? ich geh einfach mal hier hin das war's du löst jetzt richtig scheiße das ist das Rätsel ich löse keine Rätsel das ist so schlimm du sollst dann nicht mal drauf schießen du verlorst ich mag aber schießen ich bin überfordert es ist zu spät abends was werden das wenn es fertig ist ja lauf mal drauf vielleicht von uns das jetzt gibt's Rache jetzt gibt's Rache das war die Rache für das mit dem Schädel ich seh das da oben wieder nicht Dort übrigens Hallo Ach da links Sag Wird dein Portal setzen Ich bin doch komplett überfordert Hast du mal auf die Uhrzeit geguckt, du Idiot? Jetzt gibt's gleich Rache mit meinem Freund Du kannst gleich alleine weitermachen Es leckt mich Rache ist süß Wollen wir jetzt wieder kooperieren? Können wir machen Händchen drauf Ja, ja Okay, warte, das war die falsche Geste Ich tanze drauf Hier Händchen Gut Dann Alter, der wollte jetzt nicht so Backst du gerne rum? Ja, klar Ich back gerne Okay, dann lösen wir das Ritzel Oh ja, schwer Sieht schwer, ne? Oh ja Pass auf, jetzt wird's ganz komplex It's magic It's magic It's magic Irgendwie bist du hier mit springen schneller dran Ich stand gerade auf der Gigi Warte, ich muss, ich muss der zuwinken Ich muss zuwinken Ja, ich sehe euch Und es ist mir egal Oh, Fotze Ist doof Ich mag's, wenn's doof geht Bis Was? It's me Ich bin auf einer Brücke Siehst du da oben was? Warte Mach jetzt so Ähm, jetzt kannst du gucken Jetzt bin ich nämlich auf meinem Portal Und jetzt? Ich will auch mal da oben dagegen springen Warte Jetzt Ah, ich hätte vielleicht ein Stück rüber gemusst Ja, warte Jetzt Geh wieder drauf Bin drauf Bin hier Hi Hallo Aber ich glaube, wir müssen dort unten Oh, da ist ein Knopf Wie komme ich denn an dir ran am Tümsen? Warte mal, warte mal Es gibt jetzt kein Portal Warte Ähm So Komm mal her Was? Komm zu mir Oh ja, du schießt jetzt Dort ein Portal Und dort ein Und dann können wir da hin Oh Ja, höher Ich muss mal ein bisschen anvisieren Gängig Wo ist Der Ball? Ist irgendwo runtergekommen Ja, da Da drüben Da ist er Ich sehe ihn Entschuldigung Eiskalt Wie war das? Ehe war das, ne? Wie mache ich das jetzt, dass ich Warte, warte Lass so Kriegst du den? Hey, ich spring Ich komme nicht ran Jetzt Scheiße Ich habe Steuerung gedrückt, aber jetzt habe ich ihn fallen lassen Aber warte, jetzt musst du mir die Brücke wieder machen Also Bereit? Ja, so, dass ich dann wieder oben drauf bin Ach so Ich habe das Teil aber nicht Oh, du sollst es doch reinlegen Ja, ich habe es vergessen Drücke wieder Ehe So Liegst rein Dann machst du mir den Weg Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Gäste gekommen? Ja Ich gebe euch einen Tipp Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt Was ist deine Mutter? Wein Was ist denn hier hinten? Oh, geht es nicht weiter Tch Ach Falsche Richtung I see you Richtig, ja Ich könnte ja am Ladebildschirm immer mal so einen Schluck trinken Bier Nein Heute nicht, außer es weiß Gibt es doch zu, ist es Bier Ich wusste nicht, dass Bier einen Schraubverschluss hat Klar Was servst du? Was servst du? Meist Bier? Ja Es gibt meist Bier mit Schraubverschluss Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht Ich weiß ja nicht, ob das so gewollt ist, aber... Äh? Wo? Wo? Ich jetzt aber hier bin Ja Ich will mitgucken Nein Zurück, 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 zurück Außer du willst jetzt sterben? Ich doch nicht Kommst du wieder her? Jetzt sollten wir dann vielleicht, wo du eins hinmachen kannst Irgendeins Komm Komm rein Jetzt machst du das andere, also das rote Ist mir schon klar geworden Oh, da hinten Scheiße, wir kommen da oben hin Ich bin da oben Ich glaub, du kannst gleich auf den Teil drauf bleiben Tageslicht Da oben, ich will raus Sehr gut gemacht Die Menschen sperrten diese Strecke, weil sie sie für zu tödlich hielten Sie hätten sie dafür viel mehr auszeichnen sollen, aber sie ließen sie einfach verfallen Jum Rush, 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 Rush Irgendwie nicht wirklich schwer, ne? Das war nicht wirklich schwer diesmal So Da, 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 da So Ja, komm Küsse dich aus Einer meiner besten Tests Und die lassen hier Pflanzen wachsen? Unfassbar Man kann Pflanzen nicht testen Wir haben es versucht Sie halten alles aus Und zeigen weder Schmerz noch Furcht Ah, du stehst irgendwie in der Luft Find's nicht Halt deine Pappel Euer Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge Hm Ein Stück höher wäre vielleicht praktischer, oder? Wenn du das eins drüber setzen würdest Wir können's doch so machen Willst du mich nicht fahren? Ja, Mann Mach mal wieder dein Eisportal Lol Äh, wir müssen auch noch da drauf Ja Ich löse meine Aufgaben ja so Du Hure Äh, wir müssen den Knopf drücken Guck mal hier Äh, ich geh doch schon Ich geh doch schon Ich geh doch schon Oh Wir sollten vielleicht Hier einsetzen Warte So Ich geh hin Pissig Das ist mein Weg Super Stehst du? Ja I'm ready to fang Lol Halt mich still Nochmal Gott Gott Gott, ja, bitch Hallo Hallo Meins Weißt du, was ich Was, was Arschig kommen würde Ich war jetzt auf dir drauf Ja Tja, wo ist der Ausgang? Was musst du machen? Trudel. Ach. Ich probiere es in der Regel so. Und auch so, dass ich dran stoße. Hui. Alter. Oh, die Dinger sind halt massiv. Warte. Hallo. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Da hast du recht. Das ist wie deine Mutti. Da, 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 da. Da, 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 da. Das macht immer so viel Spaß. Ja, Mann. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Ach, deine Mutter. Wo ist der Oscar? Guck mal, da oben ist was. Hä? Da über dir! Ach so. Oder neben dir. Ja, das muss ich jetzt für dich auch noch machen. Wo ist denn das? Und du springst in eine Masse, dort ein Portal. Hallo. Und weiter. Warte mal! Man könnte doch da da da. Moonwalk, Moonwalk. Sieht witzig aus. Anjo. Ähm. Sliden! Das war jetzt wirklich schwer. Oh Gott, war der schwer. Wollt ihr mich beeindrucken? Ja, klar. Am besten ginge dies, wenn ihr das nie wieder macht. Dann machen wir das. Ihr wisst, dass ich nicht zurückwinken kann. Das hat doch keiner erwartet. Äh. 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 Okay, das ist eine andere Kammer. Ah, man kann durch die Dinger durchschießen. Komm her. Ja, hab ich gesehen. Einfach durchstabben, oder wat? Ich hätt' ja jetzt gesagt, hier unten auf das Teil drauf. Äh. Weißt du, was jetzt arschig kommt? Was? Hä? Das Versagen generiert keinen neuen Daten. Es verzögert nur das Unvermeidliche. Rache ist süß Jetzt haben wir nur ein Problem Ach fuck, zu schnell Er müsste theoretisch von da nach da eins noch haben Ja, das stimmt sogar Ja Du Warte, komm her, komm her, du musst zu mir Und Oh, du stehst auf der Kante Das ist nicht sehr vertrauenswürdig Ähm, jetzt brauchen wir deine Portale Hallo, wir brauchen jetzt auch deine Portale Mh, warte Kann ich das so setzen, dass Man könnte es doch eigentlich Da oben ist aber keine Fläche Gibt es noch eine Fläche Auch hier Ja, jetzt müssten wir darüber Und da drüben mal was gucken Ich hätte dort eine Fläche Ah Weißt du was Warte mal Ja Ähm Du musst jetzt Da unten Dort unten ein Portal hinsetzen Und da oben Was ist da? Also dort so Ja Und Wir müssen irgendwie nah aneinander Weil ich muss uns jetzt fallen lassen Glückwunsch Euer Erfolg bei diesem Test beweist Dass die Menschen Unrecht hatten Sie sieht ihn für undurchführbar Tödlich Grausam Und ein Testsubjekt Bezeichnete ihn sogar als Defekt Natürlich hatten die Menschen Stets nur eine einzige Chance Während ihr es immer wieder versucht Okay Hi Gut Aber jetzt Weiter Hey Die wieviel Testkammer ist denn das dann? So, jetzt kommen wir in die fünfte Also haben wir jetzt die Hälfte Geil Und damit Würden wir sagen Warte Hoffentlich haben wir nicht wieder ein Black Out Black out Black out Black out Hab ich das sehr laut gesagt? Ja, hast du Puh Keine WhatsApp Nachricht Und? Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme Um Herrnverletzungen vorzubeugen Ich wählte die kostengünstigere Variante Tödliche Schmiere Haha Stürmer sind fünf von acht Ja Aber der erste war eins von nacht Und den haben wir dann auch noch festgemacht Und? Gut Und jetzt Okay Ich bin übrigens aus orangeer Eure gekommen Wenn ich aus nur blauen Und dann, naja, bye bye Peace Yeah Bye Buh Okay Buh 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 Buh